Meine neue Waschmaschine ist schon kaputt. Dabei nehme ich immer Wasserentherter. Trotzdem das hier. Ihr Wasserentherter schafft nicht den ganzen Kalk. Und dies ist Magnesiumkalk. Davor schützen Sie nur die neuen Calgon 2 Phasentabs. Jetzt gibt es die neue Generation der Wasserentherter. Calgon 2 Phasentabs. In Calgon 2 Phasentabs schützt die weiße Phase vor Kalk. In der blauen Phase schützt der Magnesiumkalkblocker zusätzlich vor dem gefährlichen Magnesiumkalk. Das muss man erst mal wissen. Waschmaschinen leben länger mit Calgon.